Oh scheiße, wunderbar, du bist direkt ins Feuer gelaufen. Face, face, face und nochmal fehlst. Piranha ist bei der Feindhub. Naja, weißt du, da gingen Jahrzehnten drauf und wir waren in der Nähe. Ohne Follow-Up-Wert, jetzt sind los, Strikes sind los. Außerdem kommen da die Feinde her, die cappen wollen. Wir hatten eine klare Einteilung, dass Squad 9 sich kümmert um die Feind hat, die mit dem Air-Strike beschossen wird und wir auf den Cap-Bereich gehen. Was ist denn daran unverständlich? Wir waren halt in Strike-Range. Wie frech. Ja, jetzt glaube ich, du solltest da was schmolltun, wenn wir das nicht haben. Jetzt machen wir was da reinkommt. Aber das Radio müssen wir jetzt noch lange halten. Nichts. Der was für den Feindhubel? Der Vernehmirt. Hallo! Der hat mich auf. Der hat mich auf. Was ist denn mit Feche? Hier Munition bei mir Schmeißt doch keine Granaten da drauf Fuuuck Das war auf direkt Kontakt Süden, Südwesten oben auf dem Stein Schön, die App ist heiß Die App ist ne Killbox Ich will nicht sterben bitte Hunch Killbox ab Ja, wir sind fertig Kommt ja gar schwer raus Nee, die App ist so geplaced, dass da eine Killbox ist Warum er die geplaced hat Ist nur absmoken, weil dann das Ding abbauen, neues bauen ohne Witz Ja, hilft nichts anderes Dann kommst du rein, bist erstmal tot Dann kommst du rein, bist erstmal tot Ich kann ja klappen Ich werde noch gleich das Video abschnaufen und abrufen Ich werde noch mal wieder Ich werde noch nicht mehr Was ist das für ein Blut? Ja, ich werde noch nicht mehr Ja, ich werde noch nicht mehr Ich werde noch nicht mehr Ich werde noch nicht mehr Es ist ein Feind Heli, der gerade bei uns gecrashet ist Weißt du nicht, ich weiß nicht Ja egal, wir lassen es Ja ja, da ist es warm, man Heli Ja, wir fahren erstmal ganz kurz Main-Mess-Supplies Ganz kurz Supplies und dann fahren wir in die Attack Tschüss Heli Gegner Klaus, Gegner Klaus 12 Uhr, 12 Uhr Minus 2 Ich hole eure anderen Jungs, ihr müsst ihr Kämpft den Feind? 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 9 11 11 13 14 14 15 15 15 16 Nur noch Beschuss aus Nordwesten Kommen mal kurz ran zu mir bei der LV-Bahn Oh geiler Hände Zwei Supplier Ne Repair Station Räume Zwei Supplier Räume 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 Er wird ein Zeug, was auch gesagt, ich bin hier. Was? Dann machen Sie doch raus! Dann machen wir die Räumen in den Fernseher. Und dieser ist halt noch nicht, ich habe keinen Angriff für mich. Ich bin hier dran und mit dem Zufall konntieren. Ich hab mich nicht nur geschlagen, bis ich eine Wester-Kussion. Sagen wir mal, ich bin hier ein Row. Ich muss ein großer Veränderung, das macht mich zu leben. Ich hab nenbar eine große Veränderung, ich bin abonnt, ich bin hier wiedererholt. Und ich 보여�lcke, weiter, bis ich hinbekommen. Dankeschön. 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 Nice. 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 Wir müssen noch ein bisschen nördlicher landen bei dem Komplex Dann bewegen wir uns nach oben Wohin ist ein Fullscoot gespawnt Ja, bis in meinem Gebäude und Radio steht direkt am Anfang So ein bisschen südlicher vom Baupen im Gebäude Dasher Ja, Dasher, wir beide spawnen Warte mal, ist da noch ein Lodgy? Hier ist noch ein Lodgy Ja Südlich der Fog Hallo, hallo Was war eigentlich im Baupunkt der Munizierung vorhanden? Ja, wir nehmen den aus der Main Ja, wir nehmen den aus der Main Vielleicht ist von mir a bad day Im Tile Schau mal, das Radio Ja, ich hab ein Radio gefunden Gerade in meiner Position Steht auf und völlig auf Ja, mit dem Nachwärtsgehen Da kann ich eben ein Fullscoot auf mich rum Gerade in meiner Position, Feinradio Die Bravos, Eure 68, kriegt ein Hm Merci Weil das Radio kann man weg mösern Weil die Bravos, Eure, 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 Eure 68, kriegt ein Das wisst dann, ne? Da sind wir wieder Ja, da wird jetzt noch Aaaaah 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 My leg! Da muss loszen, loszen ich bin jetzt in der haupt drin das beste was ich machen könnte jetzt ist eine c4 an die absetzen was sie groß pluggiert dann müsstet ihr aber auch hier aufpassen ich habe so viele kaputt gemacht aber die sind alle zurückgekommen gespawnt aber das radio da ist präzise also wirklich präzise und steht völlig offen ich sage ach da kommt ein fein mbt da ist ein fein mbt ich habe die marken achte ich bin ja der ist rotland debatt worden Macher ist exakt Schnell da noch zahne Was ist das weg? Alle, die bei mir sind, sind wir durchschnittlich. Was ist das weg? Nee, 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 wir haben keine Baupunkte. Alle rein, wir durchschnittlich. Was soll ich denn mal? Safe weg, ja? Ja, we did, safe weg. Ja, we did, safe weg. Ja, we did. Hier ist eine Fahne. Keine Abcharling. Welch Graber, ein feindliches A-Grad. Wir müssen es mal hier, ich kann das nicht. Hab ich. Wer ist denn mein Leader? Ah, der ist auch. Eine Stufe runter. Ich weiß nicht wie gut denn kälter ist die im Okaym des Bursen, da müssen noch Bussen gehen. Ja, ich hab's gar nicht gesehen. Oh, ich bin echt mit der Ball ja nicht. Okay. Okay, ich bin echt mit der Ball ja nicht. Ich glaube, der kriegt noch einen Mann zu mir. Der hat doch keinen Kürz. Ja, bitte. Einfach mal kurz reingestellt. Rein gehen bitte. Ja. Toni, bei dir? Genau hier. Und Radio ist auch los. Copy, wir kommen zu dir. Genau. Toni, wir kommen zu dir. Wir sammeln dich gleich auf. Obwohl, nebenbei. Ja, alle drin rein mit dem Launchy. Alle drin rein mit dem Launchy, Jungs. Alle rein in den Launchy. Wir wollten nur über die Schraube. Wir fahren hier weg. Sehr schön, wir kommen mit rein. Was lässt sich mit dem Ergebnis langsam die Muni aus? Ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren. Geht mal einer auf dem Fahrersitz. Hey, das ist die Feind ab. Die Muni-Kiste ist rechts davon. Wir wollen auf Move Mark. Ach du, Fahrzeug auf Move Mark. Ich hab mal die Hub-Unterkontrolle. Da ist kein Fahrzeug. Da wird kein Fahrzeug sein. Wir fahren drauf. Ah, bist der Beste. Perfekt, ich schaufeln. Du kannst schaufeln. Ja. Dank dir. Hier. Hier war ganz schön viel Action. Erst MBT, dann BTR, dann APC. Es kann auch sein, dass sie im Süden was haben. Also Valley-technisch. Das Radio hab ich irgendwo gehört, aber es war die ganze Zeit so laut. Alles gut, alles gut. Ich geh gleich mal auf die Suche. Ihr habt jetzt keine Fressfeinde mehr. Ja, es ist glaube ich nur noch eine APC unterwegs. Fahrzeug! Ab der Stage 2. Gibt's den Verbray-Mark-up starten? Ist schon auf Charlie. Ja, merci. Also, in einer Nähe. Das läuft ja auch noch. Ja, dank dir. Na, mach's gut, Atta. Tschüss. Ich geh mal Radio suchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hast du schon was gefunden? Naja. Na. Ich befürchte bei den Steinen. Das ist bei der Abliegste Platz. Das ist bei der Abliegste Platz. Ich bin auf die Abliegten. Wie ist das aufshade? Ich bin auf die Abliegten der Abliegten. Ich bin auf der Abliegten. Ich bin auf der Abliegten. Abradio! Abradio! Das ist ein Fighter im Nordwesten, okay gut die ist nicht mehr möglich Ja die war bestimmt nicht akkurrent Versuchte über Süden ranzukommen oder so Hohlimp ist worden in der Main Hohlimp ist worden! Hohlimp ist worden! Scheiße der im Hell nutzt gleich Achso, weil bei mir... Der wurde jetzt mal markiert wo es nicht, guck mal ob da einer steht Ich habe es vorhin doch gehört, aber der Panzer war so laut. Geht. Was ist das? Ich habe es vorhin doch gehört, aber es war so laut hier die ganze Zeit. Tony, du kannst ja versuchen in den Osten an die Fight-Up nochmal zu gehen, vielleicht kriegst du ja das Video abgeschaufelt. Wo ist der Fight-Up? Das ist akkurat auf dem Marker. Da kommt ein Tiger. Ich habe es gehört. Ich habe leider kein Pflaster mehr geschafft. Ja, 14. Ja, mache ich sofort. Oh, das ist gut hier. Das ist gut. 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 Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020